Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich ja auf Schalke einiges getan, was einfach Sponsoren, Deals, aber auch Vertragsverlängerungen mit langjährigen Partnern angeht. Dort hat ja unser neuer Vorstandsboss Bernd Schröder echt schon richtig viel gemeistert. Unter anderem ja auch meinauto.de als neuen Hauptsponsor gefunden, HRS als Nachfolger für Rewe als Trainingsgit-Sponsor. Und natürlich hat man auch die selbst finanziell kleineren Deals verkündet, um natürlich auch einfach all unseren Sponsoren ein gewisses Publikum auch zu bieten. Aber es gibt nun einen weiteren Werbebandenpartner, den Schalke bislang noch nicht groß verkündet hat. Und es ist auch ein Partner, der bislang in der Sponsoren-Übersicht auf unserer Homepage fehlt. Und dabei handelt es sich um den Hauptsponsor von Borussia Dortmund und zwar Evonik. Die sind nun auch bei uns eingestiegen, denn seit einiger Zeit ist ja Evonik schon Logenpartner in unserer Fitness-Arena. Das ist ja nichts Neues. Neues aber, Evonik-Werbung war am Samstag während des Bundesliga-Heimspiels gegen Gladbach auf der Bande am Spielfeldrand zu sehen. Evonik warb dort auch mit der Kampagne True Leadership und damit haben wir dort nochmal eine andere Partnerschaft, als diese vielleicht zuvor war. Und auch unser Klubsprecher Marc Siegmann hat dies gegenüber der WATS bestätigt, dass man eben mit Evonik einen Deal abgeschlossen hat. Evonik hat dem FC Schalke 04 nach der Trennung von seinem vorherigen Hauptsponsor im Frühjahr signalisiert, den Verein aufgrund seiner klaren Haltung finanziell unterstützen zu wollen. Diese Unterstützung erstreckt sich auf die gerade angelaufene Saison und kommt insbesondere der Knappenschmiede zugute. Der FC Schalke 04 bedankt sich an dieser Stelle für die große Solidarität innerhalb des Ruhrgebiets. Zahlen nannte Siegmann dazu leider nicht, aber damit ist der BVB-Hauptsponsor auf jeden Fall gut mit dabei und Schalke jetzt auch finanziell nochmal mehr zu unterstützen als zuvor. Übrigens, wer es nicht weiß, Evonik ist wie gesagt aus dem Ruhrgebiet und ist die zweitgrößte deutsche Chemieunternehmenssitzung sozusagen und hat den Hauptsitz in Essen. Der größte Standort ist der Chemiepark in Mahl. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Le Schalker